Die Frauen sind immer wie das Land, was herkommt. Die Schweiz lässt so einen wie ich rein, weil ihr es zuhause gerade ein bisschen schwierig habt. Kommst du noch eins zu ziehen, wenn sie fertig mit Arbeit? Isa arbeitet nur da, weil ihre Mutter meint, sie müsse mal selbstständige Erfahrungen machen. Okay, können wir machen. Hey, Kenan! Wie geil! Willst du auch hier? Willst du mir arbeiten? Leute! Wir begleiten heute Kenan! Keine Angst, ich nehme dir nichts weg!